Wir haben hier zum Beispiel einen Auflegewibrator. Den legt man, wie der Name schon sagt, außen auf die Vulva auf und dann vibriert der. Das ist ein Dildo. Der hat auch noch so Kugeln innen drin, das heißt, der shakt dann auch noch ein bisschen mit. Dann haben wir hier einen Buttplug. Den kann man sich oder anderen Menschen anal einführen. Das fühlt sich für viele Menschen gut an. Für die Männer oder andere Menschen mit Penis gibt es hier so ein Gerät, das ist ein Masturbator. Das heißt, hier in diese kleine Öffnung führt man den Penis ein, das saugt und vibriert gleichzeitig. Dann haben wir hier so ein Druckluftwellen-Vibrationsgerät. Hat hier so eine kleine Öffnung, das kann man außen auf die Klitoris drauflegen. Fühlt sich dann ein bisschen an wie so ein recht fordernder Oralverkehr. Der hier hat zusätzlich eben noch hier diesen Arm für den G-Punkt. Das heißt, man führt den so ein, hat dann hier die Stimulation am G-Punkt. Also ich glaube, das ist eine ziemliche Orgasmus-Garantie. Das ist eine ziemliche Orgasmus-Garantie. Das ist eine ziemliche Orgasmus-Garantie.